Peter hat schon sich gefragt, ob ich mit Maske predige. Nee, ich glaube, bei der Predigt mache ich jetzt meine Ausnahme. Ja, guten Morgen, moin moin. Für mich ist das so eine super spezielle Zeit, jetzt auch diese Predigt zu halten. Das ist so diese Zeit für mich zwischen den Jahren, vielleicht geht es euch auch so, so nach Weihnachten und vor Silvester ist irgendwie wie so eine Art Niemandsland zwischen zwei Jahren. So geht mir das oft und es ist noch gar nicht so super lange her. Da war ich um diese Zeit eigentlich immer mit den Jugendlichen auf Jugendfreizeit. Das war unsere Winterfreizeit, die wir immer super gerne gemacht haben, auch als Mitarbeiter. Und ja, da haben wir uns so drei Tage Zeit genommen, ja, im Grunde zwischen den Jahren nochmal uns intensiv mit Gott zu beschäftigen, über ein bestimmtes Thema nachzudenken und vor allem auch ganz, ganz viel so Aktionen zu machen. Krimispiele, Nachtwanderungen, Sportangebote und Schlag mich tot, also bis hin zu Punsch kochen und Kekse backen, also es waren immer super besondere Tage. Und auch da war es oft so, dass ich halt auch die Andachten vorbereitet habe. Also so ein ganz bisschen ist es jetzt gerade für mich, als ob ich auf der Winterfreizeit bin. Ja, das Thema, was mir so auf dem Herzen ist, oder die Predigt, würde ich so überschreiben mit das ungewisse Morgen. Ich werde jetzt nicht in Sprüche weitermachen einfach, obwohl das Thema und auch die Bibelstellen, die ich heute habe, sind schon auch verwandt mit Sprüche. Das werdet ihr gleich merken, da gibt es eine Verwandtschaft und eine Verbindung. Aber dieses ungewisse Morgen habe ich doch, also mir geht es total so, wenn ich ins nächste Jahr schaue, weiß ich nicht, ja, was kommt da so auf uns zu, was kommt auf mich zu, was kommt auf die Löwenkinder, der Kindergarten, in dem ich arbeite, was kommt auf die Löwenkinder zu, wie wird das sein auf der Arbeit, wie werden wir das machen können. Aber auch als Familie so, wie wird sich das Ganze so auf uns auswirken. Aber auch so das ganze Land, wie wird sich das entwickeln 2021, wirtschaftlich und politisch. Wahlen, nächstes Jahr, Bundestagswahlen. Das wird ein ganz spannendes Jahr und in ganz vielen Bereichen geht es mir zumindest so, weiß ich nicht, was kommt. Und ich bin dann doch vielleicht so der typische Deutsche, der gar nicht weiß, was auf ihn zukommt, damit er die Lage so ein bisschen einschätzen kann. Ich mag das, wenn ich so ein bisschen wenigstens so eine Idee davon habe, was so auf mich zukommt nächstes Jahr. Ich finde das ganz angenehm. Aber so ist das nächste Jahr für mich zumindest nicht. Ich weiß nicht so genau. Es könnten alle möglichen Dinge passieren. Ja, und viele von uns sind vielleicht auch hin und her gerissen zwischen alles wird wieder gut nächstes Jahr und vielleicht wird alles noch schlimmer nächstes Jahr. Ich weiß nicht. Mit dieser Virusmutation jetzt aus England und so denke ich so, okay, krass. Was ist, wenn dann nochmal irgendwas mutiert und nochmal und das dann noch ansteckender ist? Keine Ahnung so, ne? Also man kann sich so in seiner Fantasie als Laie ja alles Mögliche vorstellen. Ich habe ja keine Ahnung von Viren, aber... Und wie gesagt, einerseits hat man vielleicht so das Gefühl oder die Hoffnung, ja, wir werden jetzt irgendwie mit dem Impfen vorankommen und alle werden ganz brav ihre Masken tragen und dann wird das schon irgendwie... Wir schützen nochmal besonders die vulnerablen Gruppen und dann wird das schon irgendwie sich wieder einrenken, das Ganze und dann machen wir einfach weiter wie vorher. Aber vielleicht haben manche auch Angst vor dem Jobverlust nächstes Jahr. Vielleicht sieht es jemand schon so ein bisschen heran, nah hin, den Verlust der Arbeitsstelle. Man kann das ja, man ahnt es ja manchmal schon so ein bisschen oder man weiß ja, wie es der Firma geht und dass vielleicht so und so viele Stellen abgebaut werden nächstes Jahr. Oder vielleicht fragt sich der ein oder andere, schaffe ich es, mein Abitur zu machen nächstes Jahr unter diesen Umständen? Also mit Home-Learning und Homeschooling und so weiter. Vielleicht ist das gar nicht so mein Ding. Ich komme darauf nicht so klar, ich kann mich selber nicht so krass motivieren. Eigentlich bin ich jemand, der braucht die Schule, der muss wirklich in diesem Klassenzimmer sitzen und der Lehrer muss mir wirklich in den Hintern treten, sonst packe ich mein Abi nicht. Gibt es vielleicht auch manche, die sich da Sorgen machen. Ich frage mich auch so ein bisschen, ja, wie wird es unserer Gemeinde gehen nach noch einem halben Jahr Pandemie? So, noch ein weiteres halbes Jahr, was bestimmt so sein wird unter denselben Bedingungen wie jetzt. Mit Livestream und kleiner Besetzung hier morgens vor Ort. Und nicht nur unsere Gemeinde, so viele Gemeinden, die darunter, ja, schon leiden. Oder wird vielleicht ein geliebter Mensch sterben, fragt sich vielleicht auch der ein oder andere. Vielleicht die Tante, der Onkel, Oma, Opa. Kann ja alles sein. Irgendwie, oder ich denke, eigentlich wissen wir alle, dass über 2021 so ein gewisser Nebel liegt. So stelle ich mir das vor. Wie so ein, ja, wie so ein undurchdringlicher Nebel, durch den das menschliche Auge nicht so gut durchdringen kann. Ich weiß noch, war es, glaube ich, letztes Jahr Silvesterpeter oder war es vorletztes Jahr, wo direkt am Silvesterabend so ein unglaublicher Nebel in Hannover war. Letztes Jahr, genau. Und zuerst dachte man irgendwie, das hängt mit den Knallern zusammen oder mit dem Feuerwerk, aber es war einfach wirklich dieser krasse Nebel. Und es sind ja Leute in diesen Nebel reingefahren und haben einfach einen riesen Unfall gebaut, glaube ich, auf dem Schnellweg. Also es war zumindest super gefährlich. Und ich glaube, es gab Unfälle. Weil du fährst und jeder, der Auto hier einen Führerschein hat, kennt das vielleicht auch. Diese Tage oder diese Momente, wo auf einmal so eine krasse Nebelwand vor dir ist. Vor allem am schlimmsten eigentlich, finde ich, auf der Autobahn. Weil du einfach nicht weißt, was kommt jetzt in den nächsten 20 Metern da. Steht da vielleicht schon sozusagen der Unfall, auf den ich jetzt gleich rauffahre. Es ist kein schönes Gefühl mit dem Auto, finde ich, durch so einen richtig dicken Nebel zu fahren. Ich mache das nicht so gerne. Vielleicht bin ich auch ein Angsthase. Aber ich sehe gerne, was vor mir ist. Ich sehe gerne 100 Meter oder 200 Meter die Fahrbahn ein, damit ich mir sicher bin, wie ich fahren muss. Ja, und so ein bisschen fühle ich mich jetzt, was das nächste Jahr angeht. Da ist so eine große Nebelwand irgendwie. Und man weiß nicht so genau, was da noch alles auf uns zukommt. Aber ich habe ein paar weise Worte dazu gefunden in der Bibel. Und ich denke, auch wenn ich euch jetzt nicht verraten kann, wie das nächste Jahr für euch wird oder für mich wird oder für die Gemeinde wird, das kann ich euch nicht sagen. Ich glaube, dass das Wort Gottes uns sagt, mit welcher Haltung wir in diesen Nebel hineinfahren sollten. Mit welcher Haltung wir in das kommende Jahr gehen sollten. Und da könnt ihr mal, wenn ihr wollt, Jakobus Kapitel 4 aufschlagen. Ich musste so sehr an diese bekannte Bibelstelle denken. Jakobus 4, Vers 13, habt ihr vielleicht alle schon mal gehört. Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zu bringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt, dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. In diesem Jakobusbrief, Jakobus kritisiert diese eine bestimmte Haltung, mit der man in die Zukunft blickt oder schaut oder guckt letztendlich. Ich glaube nicht, dass Jakobus es kritisiert, dass wir planen. Wir müssen ja planen. Wir müssen uns auch manchmal einfach einen Plan machen. Und das sollen wir auch. Wir müssen auch weise sein. Wir müssen ja auch überlegen, okay, wie kann ich nächstes Jahr meine Familie versorgen? Wie kann das aussehen? Was passiert da vielleicht? Was kommt da auf mich zu? Aber was Jakobus halt anspricht, ist so eine falsche Selbstsicherheit, die wir dann manchmal haben. Gerade vielleicht wir als reiche Westler, die doch größtenteils, ja, zähle ich uns zu den Reichen auf der Welt. Wir haben schon eine gewisse Sicherheit, wir können schon gewisse Dinge planen. Wir müssen uns nicht überlegen, habe ich morgen noch genug zu essen im Kühlschrank? Meistens nicht. Ich weiß, das gibt es auch in unserem Land. Aber es betrifft Gott sei Dank nicht so super viele von uns. Vielleicht doch mehr als wir denken. Aber die meisten von uns hier, glaube ich, können ganz gut planen und schauen und sind ganz gut abgesichert. Und diese Sicherheit kann aber auch zu so einer falschen Selbstsicherheit werden. Dass wir irgendwie Gott gar nicht mehr mit einrechnen. Dass wir irgendwie gar nicht mehr im Blick haben, dass Dinge passieren können, die wir gar nicht ahnen. Dass wir denken, alles läuft immer nach Plan oder nach meiner Pfeife oder so, wie ich das möchte. Und ich glaube, hier gibt uns Jakobus einen super heißen Tipp dafür und eine gute Anleitung, wie man weise in die Zukunft blickt und wie man weise in die Zukunft geht. Und auch wenn die Zukunft im Nebel liegt, gerade dann. Aber auch wenn sie scheinbar nicht im Nebel liegt, wenn ich scheinbar alles voraussehen kann, wenn ich scheinbar alles voraussagen kann. Ich werde dann in diese Stadt ziehen, dann werde ich studieren, dann werde ich dort meinen Abschluss machen, dann ziehe ich wieder zurück. Oder ich werde da meinen Job annehmen nächstes Jahr im Sommer. Ich habe meinen Vertrag da unterschrieben, dann mache ich das so und so. Und Jakobus sagt, okay, aber du vergisst da etwas ganz Wichtiges. Du vergisst, dass letztendlich Gott auch noch ein Wörtchen mitredet. Dass Dinge passieren können, die du jetzt nicht voraussehen kannst. Es kann sogar sein, dass du morgen gar nicht mehr am Leben bist. Mach dir das klar und geh mit dieser Haltung in die Zukunft. Mach dir klar, ich weiß nicht mal genau, was morgen ist. Und plane in dieser demütigen Haltung das nächste Jahr. Gehe in das nächste Jahr. Ja, in dieser Haltung. Dass ich nicht mal weiß, was morgen sein wird. Ob ich morgen noch lebe. Ob ich nächstes Jahr noch lebe. Ob ich diese Stelle dann überhaupt annehmen kann. Wenn ich tot bin, kann ich es nicht mehr. Das ist eine weise und gute Haltung, mit der wir in die Zukunft schauen können. Und auch in das Jahr 2021. Das ist vielleicht fromm, wenn man immer diese Floskel, es kann so eine Floskel sein, so Gott will. Ja, kann es, aber es bleibt trotzdem richtig. Es kann zu einer Floskel werden, aber der Satz ist deswegen nicht falsch. Wir sollten ihn benutzen. Wir sollten uns trauen, das zu sagen, auch wenn es fromm klingt. So Gott will. So Gott will, werde ich nächstes Jahr anfangen zu studieren. So Gott will, schaffe ich mein Abitur nächstes Jahr. Und so ich mich auch anstrenge. Aber natürlich greifen immer menschliches Handeln und Gottes Handeln. Das greift ineinander. Das spielt natürlich zusammen. Aber trotzdem, so Gott will. Und ich lebe. Und ich finde, das kann man jetzt in diesen Zeiten sogar nochmal, ja, weiß ich nicht, ernsthafter sagen und ich lebe. Weil, wer weiß. Die Jüngeren unter euch machen sich da vielleicht nicht so viel Sorgen. Aber ich bin halt schon in so einem Alter, wo man weiß, ja, hm. Wenn der Herr will und ich lebe, werde ich 2021 meine Arbeit behalten können und meine Familie weiter versorgen können. Aber es ist nicht garantiert. Ich weiß es nicht. Gott weiß es. Und in dieser demütigen Haltung gehe ich ins nächste Jahr. Und das ist eine weise Haltung, denke ich. Das, ja, das ist nicht normal. So denken wir vielleicht nicht, sozusagen natürlicherweise. Aber es ist, ähm, es ist die Weisheit Gottes. Dass wir wissen, das Leben schlägt manchmal ganz schöne Kapriolen. Das Leben ist manchmal eine ganz schöne Achterbahnfahrt. Und wir wissen manchmal gar nicht, wohin es uns verschlagen wird. Oder was passieren wird. Wer in unser Leben hineinplatzen wird. Ungeahnterweise. Und uns beschäftigen wird. Vielleicht in einem Maße, was wir jetzt noch gar nicht voraussagen können. Wir wissen nicht mal, was morgen ist, sagt Jakobus. Und Jakobus war total der Fan von den Sprüchen. Und von der gesamten Weisheitsliteratur im Alten Testament. Er ist ein richtiger Fanboy davon gewesen. Wenn ihr den Jakobusbrief lest, ist es, als ob ihr Sprüche lest. Ist es, als ob ihr Prediger lest. Ist es, als ob ihr in dem Psalm lest. Dieser Mann liebte diese Literatur. Er konnte wahrscheinlich das alles auswendig. Und das merkst du in dem Brief. Da taucht so viel, da hat er so viel Weisheit hineingenommen aus dem Alten Testament. Aus diesen Weisheitsbüchern. Und auch das, was er hier sagt. Zum Beispiel in Sprüche 27 steht. Rühme dich nicht des morgigen Tages. Denn du weißt nicht, was ein Tag gebiert. Das ist genau der Gedanke, den Jakobus hier den Adressaten seines Briefes deutlich machen will. Die anscheinend diese Weisheitsliteratur noch nicht so inhaliert haben wie er. Leute, ihr wisst doch nicht mal, was morgen passiert. Was macht ihr für Riesenpläne? Chillt mal. Kommt mal runter. Macht euch mal klar, dass ihr nicht mehr wisst, was morgen ist. Denn du weißt nicht, was ein Tag gebiert. In Deutschland gibt es so diesen Spruch etwas abgewandelt. Du sollst den Tag nicht vor dem Abend rühmen. Das stimmt. Denn es kann immer noch was dazwischen kommen. Abends, wenn du im Bett liegst, guck zurück und rühme den Tag, wenn er gut war. Und sag, dieser Tag war gut. Danke, Jesus. Aber sag es nicht, bevor du im Bett liegst und eingeschlafen bist. Denn du weißt nicht, was alles noch passiert. Und das ist halt, ich glaube, wir machen uns das auch als Selbstschutz nicht so ganz klar. Weil einen das letztendlich total verängstigen könnte. Wenn man immer an all das denkt, an all das auch Schlimme, was passieren könnte, das würde uns ja total lähmen. Aber deswegen ist genau das eben weise zu sagen, so Gott will. Wir müssen Gott mit einrechnen. Wir müssen Gott, ja, auf dem Schirm haben, wenn es um unsere Zukunft geht. Auch wenn es um das nächste Jahr geht. Dürfen wir Gott nicht außen vor lassen. In unseren Plänen, in unseren Hoffnungen, auch aber nicht in unseren Sorgen und Ängsten. Und noch einen sehr heißen und guten Tipp für das kommende Jahr und für eine ungewisse Zukunft, auf die man zugeht, ist ein Prediger, Kapitel 11. Ein Prediger, Kapitel 11 ist super interessant. Da gibt uns der Prediger ein paar sehr, sehr gute Hinweise darauf, wie wir uns weise verhalten im Blick auf die Zukunft, auf die kommenden Jahre. Und da steht in Vers 1, wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche. Oder manche Übersetzungen sagen auch, lass dein Brot über das Wasser fahren. Ja, erstmal ein ganz, ganz seltsamer Satz. Vielleicht denken manche so an Entenfüttern. Also ich musste so daran denken, wann wirft man schon mal Brot aufs Wasser? Ja, ja, im Stadtpark, bei den Enten. So als Kind immer gerne gemacht. Da habt ihr mich total gefeiert, wenn die Enten dann die Brotgruben gefressen haben. Aber der Prediger meint, glaube ich, nicht Entenfüttern. Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, denn du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Gib Anteil, sieben anderen, ja sogar acht. Denn du weißt nicht, was für Unglück auf der Erde, was sich auf der Erde eignen wird. Wenn die Wolken voll werden, gießen sie Regen aus auf die Erde. Und wenn ein Baum nach Süden oder nach Norden fällt, an der Stelle, wo der Baum fällt, da muss er liegen bleiben. Wer auf den Wind achtet, wird nie sehen. Und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Wie du den Weg des Windes nicht kennst und nicht die Gebeine im Leib der Schwangeren, das ist heute ein bisschen anders, so kennst du das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Am Morgen sehe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dieses oder jenes oder beides zugleich gut werden wird. Wenn man diese ganze Stelle so in eins nimmt, macht vielleicht auch die Brot- und Wassergeschichte ein bisschen mehr Sinn. Letztendlich ist damit gemeint, Gutes zu tun, auch in dem Wissen, dass ich es vielleicht nicht sofort zurückbekommen werde. Das ist ja auch etwas, was Jesus immer wieder gesagt hat. Tut den Leuten Gutes, auch wenn ihr es nicht zurückkriegt. Ladet die Leute zum Essen ein. Gerade die, wo ihr wisst, die werden euch nicht zurück einladen. Mach das einfach, wirf dein Brot aufs Wasser und irgendwann wird es zurückkommen. Eigentlich ist Wasser in der Bibel, also das Meer, das Wasser ist eigentlich immer was Gefährliches, etwas Chaotisches, etwas, ja, natürlich, es gibt auch dieses ganze Wasser des Lebens und so weiter, aber es gibt auch das gefährliche Wasser. Aber nichtsdestotrotz, wenn du Brot ins Wasser schmeißt, dann ist es verloren. Wenn ich mein Brot in den Teich werfe, ist es weg. Es treibt weg, es schwimmt weg, es wird matschig, es wird wässrig. Also ich möchte es dann eigentlich nicht mehr essen und rausholen. Das Brot ist verloren. Und das hier, das schreibt der Prediger an Menschen, die nicht so volle Kühlschränke hatten wie wir. Er sagt, wirf dein Brot ins Wasser. Würden die Leute doch sagen, wieso? Ich habe doch nur dieses eine Brot. Das werfe ich doch nicht ins Wasser. Das esse ich doch selber. Nein, wirf es ins Wasser. Und ich muss so an diese Witwe aus Zarpath oder, ist die Witwe von Zarpath oder so? Naja, ihr kennt die Geschichte mit dem Propheten Elia, der erstmal von den Raben versorgt wurde am Bach. Und dann sagt Gott, geh hier nach Sidon oder so, da triffst du so eine Witwe, die wird für dich sorgen. Und dann geht er da hin und dann trifft er sie und sagt so, moin. Und sie so, ja, moin. Und er so, yo, kannst du mir mal bitte ein Brot machen? So, ja, ich wollte mir eigentlich nur noch ein Brot machen. Das wollte ich dann essen, dann wollte ich sterben mit meinem Sohn zusammen. Weil wir sind eh im Grunde völlig verhungert. Das ist das Letzte, was wir haben und es wird auch nichts mehr kommen. Jo, wir sind so gut wie tot. Und dann sagt er hin, nee, gib mir trotzdem mal das Brot. Und ich weiß nicht, sie ist dann so verrückt und macht es. Ja, sie wirft ihr Brot aufs Wasser. Sie vertraut irgendwie diesem Typen, ich weiß nicht warum. Vielleicht sagt sie, ist doch eh egal. Also ich sterbe ja eh. Vielleicht ist es so eine Art Geigenhumor oder... Aber vielleicht ist es auch Gottvertrauen. Vielleicht vertraut sie diesem Mann, weil er irgendwie vertrauenswürdig ist, rüberkommt. Vielleicht strahlt auch irgendwie Gottes Kraft aus ihm heraus. Wie auch immer, sie tut es. Sie wirft ihr Brot aufs Wasser. Sie füttert es an die Enten, an Elia. Und er wird ihr nicht zwei Brote dafür zurückgeben. Das ist so. Aber Gott sorgt dafür, dass das Brot zurückkommt. Gott sorgt dafür, dass das Brot, dass sie das Brot wiederfindet. Auf eine ganz verrückte Art und Weise wird sie dann überreich gesegnet von Gott, weil sie ihr Brot aufs Wasser geschmissen hat. Weil sie ihr Brot verschwendet hat an einen Wander, Prediger, Propheten. Vielleicht wie die Witwe, die diesen kleinen Cent im Tempel reingeworfen hat in den Münzkasten. Und Jesus sagt, diese Frau, die ist krass. Nehmt die euch mal als Vorbild. Wieso? Die hat doch nur einen Cent. Ja, aber das war alles, was sie hatte. Sie hat gerade alles, was sie hatte, da reingeworfen. Es war nur ein Cent, aber mehr hat sie eh nicht gehabt. Sie hat ihr Brot aufs Wasser geworfen. In dem Vertrauen. Auf irgendeine Art und Weise wird Gott mir das zurückgeben, wird mich versorgen. Ja, ich gebe jetzt gerade meinen letzten Cent, aber ich glaube, dass Gott für mich sorgen wird. Trotzdem. Gib Anteil, sieben anderen. Ja, sogar acht. Denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Das ist so spannend. Wenn ich daran denke, 2021 wird vielleicht total unsicher. Vielleicht kollidiert die Wirtschaft noch mehr. Was weiß ich, große Arbeitslosigkeit, bla bla. Was man sich so alles vorstellen kann in seinen schlimmsten Albträumen. Dann denkt man doch, okay, ich muss horten. Klopapier, her damit. Was brauche ich noch? Nudeln, Reis. Ich werde zu so einem Prepper. Ich mache meinen ganzen Keller voll, die Regale mit Dosen und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr so Prepper kennt, diese ganze Szene. Ich bereite mich so auf die große Katastrophe vor, auf den großen Knall. Und dann habe ich meinen ganzen Keller voller Lebensmittel, die sind super versorgt. Ich weiß sogar, wie man Tiere jagt und so weiter. Habe ich auf YouTube gesehen. Habe mir so diese Prepper-Videos alle angeguckt. Also ich bin allerbestens vorbereitet auf den Tag X. Und ich spare doch mein Geld, oder? Ich bin doch nicht wahnsinnig, wenn die Zukunft so ungewiss ist. Wenn ich nicht weiß, ob ich nächstes Jahr noch eine Arbeit habe, dann spare ich doch jetzt jeden Cent. Dann halte ich doch gerade jetzt mein Geld zusammen. Ja, und schaue, dass ich ein ordentliches Polster mir noch ansammle, anfresse. Ja, eine ordentliche Speckschicht. Damit ich den Winter überstehen kann, oder nicht? Nein, sagt der Prediger. Im Gegenteil. Verteil doch mal dein ganzes Essen. Sag so, bist du wahnsinnig, Junge? Ja, aber genau das ist die richtige Art, sich vorzusorgen auf schwere Zeiten. So bereitest du dich auf den Winter vor, indem du deinen Nachbarn abgibst von deinem Essen. Indem du deinen ganzen Keller, dieses ganze Prepper-Zeug rausräumst und es verschenkst. Damit deine Nachbarn auch was zu essen haben im Winter. Und das sichert deine Versorgung. Auf diese Art und Weise kann, ja, bist du darauf vorbereitet, wenn sich Unglück auf der Erde ereignen wird. Finde ich voll spannend, den Gedanken. Der Weise, es ist so ein bisschen wie der kluge Verwalter, oder? Von dem Jesus redet. Dieses Schlitzohr. Der weiß ganz genau, ich habe richtig beschissen und demnächst findet das mein Herr raus und dann werde ich gefeuert. Also haut er nochmal richtig das Cash. Er geht nochmal zu allen und sagt so, ja, mein Herr, er lässt dir die Schulden und so. Ist natürlich alles komplett gelogen, aber ja, er weiß, wie es läuft. Jesus sagt, ja, die Kinder dieser Welt, die wissen besser als ihr, wie man das macht. Hey, im Geben sorgst du dafür, für deine Zukunft und gleichzeitig für die Zukunft der anderen. Ist das nicht schön? So sorgen wir füreinander. So sichern wir einander ab. Und so kommen wir durch schwere Zeiten, in denen wir teilen und nicht, in denen wir horten und anhäufen. Nicht so Dagobert-Duck-mäßig den Geldspeicher immer mehr füllen. Wenn die Wolken voll werden, gießen sie Regen auf die Erde und wenn ein Baum nach Süden fällt, das habe ich ehrlich gesagt nicht weiter ergründet. Das ist auch bestimmt richtig spannend. Aber Vers 4 hat mich hier mehr interessiert. Wer auf den Wind achtet, wird nie sehen. Und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Spannend, oder? So, stell dir vor, du bist ein Bauer und du überlegst, okay, wann sehe ich jetzt aus? Und du guckst aus dem Fenster oder gehst raus und denkst, oh, ganz schön windig, ich weiß nicht. Und irgendwie, ja, aber die nächsten Tage wird es irgendwie auch windig werden. Und, ah nee, ich lasse es lieber. Ich probiere es morgen. Ich gucke mal, wie das Wetter morgen ist. Und dann gehst du morgen, ja, immer noch nicht ideal. Ich mache es lieber morgen. Ich gucke mal, morgen ist es vielleicht ideal. Schiebst es nochmal raus. Schiebst es immer weiter raus. Du schiebst das Aussehen immer weiter raus, weil es nie ideal ist. Oder weil es ja anfangen könnte zu, du guckst in den Himmel und denkst, na, nachher, wenn ich auf dem Feld bin, dann wird es wieder so windig sein, dass die ganzen Samen einfach nur wegfliegen. Es bringt nichts. Ich lasse es. Ich tue es nicht. Und du schiebst auf und schiebst auf und schiebst auf und du machst es nicht. Du sehst nicht. Bis letztendlich die Zeit des Aussehens vorbei ist und du kannst nicht mehr aussehen. Und du hast es immer nicht gemacht aus Schiss, weil du Schiss davor hattest, dass was schief gehen könnte. Du hast die Wolken gesehen, du hast den Wind gesehen und gedacht, nee, das ist zu riskant. Das mache ich nicht. Ich werde jetzt nicht aussehen. Das ist viel zu, ja, das wird nicht funktionieren. Und das finde ich auch total spannend, wozu der Prediger hier eigentlich auffordert ist, hey, schau nicht immer nur auf die Gefahr. Lass dich nicht von der Gefahr, die du 2021 vielleicht auf dich zukommen siehst, lähmen. Ja, lass dich davon nicht lähmen in dem, was du eigentlich tun musst. Du musst sehen. Du musst erhren. Mann, du bist ein Bauer. Das ist deine Lebensgrundlage. Das musst du tun. Das ist wichtig für dich. Wenn du es nicht tust, wirst du sterben. Also guck dich nur auf den Wind und die Wolken. Tu es einfach und vertraue Gott. Wie du den Weg des Windes nicht kennst und nicht die Gebeine im Leib der Schwangeren. Ja, wir wissen so vieles nicht. Wir wissen nicht, wie die Ernte wird. Wir wissen nicht, ja, was alles noch passieren wird. Und trotzdem können wir ja nicht einfach nur rumsitzen und darauf warten, dass es irgendwann wieder besser wird. Wir müssen doch weitermachen. Wir müssen doch weiter das Gute tun. Weiter aussehen. Weiter unser Brot aufs Wasser werfen. So kennst du das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Am Morgen sehe deinen Samen. Mach es einfach. Mach es einfach. Sehe deinen Samen. Am Abend lass deine Hände nicht ruhen. Sei fleißig. Halt fest an dem, was du tust. Und du weißt nicht, was gedeihen wird. Ob dieses oder jenes oder beides zugleich. Du weißt nicht, was passieren wird, aber mach was. Irgendwas wird passieren. Irgendwas wird funktionieren. Es gibt diesen Spruch, ein stehendes Schiff kann Gott nicht lenken. Wir Christen sind manchmal so zurückhaltend. Es gibt irgendwie so diese zwei Extreme. Es gibt diese Christen, die so komplett hyperaktiv immer machen, 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 machen. Völlige christliche, geistliche Workaholics. Immer tun, tun, machen, machen. Gar nicht warten, immer los, 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 los. Die gar nicht warten, die gar nicht abwarten, die gar nicht Gott fragen, sondern einfach immer machen, 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 machen. Dann gibt es aber auch die anderen. Immer warten, 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 warten. Gott hat noch nicht gesprochen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe noch kein Wort vom Herrn gehört. Oh Mann, ich weiß nicht, soll ich sie fragen, ob sie mich heiraten will oder nicht? Soll ich auf ihn zugehen oder nicht? Soll ich das tun oder nicht? Oh nee, ich habe noch nichts Klares gehört. Ich lasse es lieber. Ich mache lieber gar nichts. Ich warte lieber über Jahre. Ich mache gar nichts. Ich habe Angst. Ich habe Angst, was falsch zu machen. Also mache ich nichts. Ich habe Angst, dass was schief geht. Also mache ich es nicht. Leute, so können wir auch nicht denken. Das ist es auch nicht. Wir müssen dem Gottvertrauen Schritte tun. Ja, im Wissen. Ich kenne das nächste Jahr nicht. Ich weiß nicht, was nächstes Jahr passiert. Aber ich vertraue Gott und ich lege nicht die Hände einfach in den Schoß und hoffe darauf, dass sich alles von selbst in Wohlgefallen auflöst. Nein, ich bleibe dran. Ich tue Gutes. Ich werfe mein Brot aufs Wasser. Ich teile, was ich habe. Und in dieser Haltung und beschäftigt mit diesen Dingen gehe ich ins neue Jahr. Und vertraue Gott, dass irgendein Same aufgehen wird. Ich habe Salat gesät. Ich habe Spinat gesät. Ich habe Mahngold gesät. Ich habe, was gibt es alles noch? Ich habe Radieschen ausgesät. Ich habe Möhren ausgesät. Kartoffeln sind dabei. Getreide ist dabei. Irgendwas wird schon aufgehen. Herr, ich vertraue dir. Irgendwas. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwas wird funktionieren. Gott wird das schenken. Ich weiß nicht, was. Ich weiß nicht, was Gott vorhat. Aber er hat was vor. Es wird was passieren. Gott wird etwas Gutes tun. Und ich kann nicht einfach immer nur auf das Schlechte schauen. Auf die Risiken. Auf das, was mir Angst macht. Da kann man richtig... Das sind diese Sorgen, von denen Jesus auch geretet, oder? Ihr kennt doch das Gleichnis von dem Seemann, oder? Der den Samen auf den Acker wirft. Und dann kommen diese Dornen. Und diese Dornen sind einerseits der Reichtum, aber auch andererseits die Sorgen. Die Sorgen des Lebens. Das kann den Glauben zuwuchern. Das kann uns total... Diese Ängste und diese Sorgen können uns paralysieren. Dass wir nichts mehr tun. Lass dich nicht hängen in dieser Zeit vor 2021. Lass uns mutig sein. Lass uns fleißig sein. Probieren wir verschiedene Dinge und schauen, was funktionieren wird. Welcher Same aufgehen wird. Und alles im Vertrauen auf Gott und Gott anbefohlen. Geschwister, ich meine doch nicht, dass ihr einfach irgendwas machen sollt ohne Jesus. Nein, macht irgendwas mit Jesus. Aber macht es mit dem Herrn und dann wird der Herr euch schon sagen und zeigen, ob das... Wisst ihr, was ich meine? Und wenn es total falsch wird, dann ist er doch ein guter Hürde und sagt, komm mal zurück, Schäfchen. Mach mal lieber das. Das ist total falsch. Das ist gar nicht der Weg. Hier, komm, geh mal den Weg. So ist doch unser Herr, oder? Er wird doch nicht kommen und uns totschlagen deswegen, weil wir mal eine falsche Abbiegung genommen haben. Spinnst du? Ich habe gesagt, da lang. Aber du hast ja nicht gewartet, du bist da lang gegangen. Los, komm jetzt. Du Stück Scheiße. Das ist der Weg. Und wenn du nur fünf Minuten länger gewartet hättest, hättest du es gleich gewusst. Mann, so rede ich doch nicht mit meinem Sohn, wenn er mal... Wenn ich zum Spielplatz will und mein Sohn fängt an, in die falsche Straße einzubiegen, dann trete ich ihn auch nicht tot deswegen oder gebe ihm eine Schelle. Joschi, hier lang. Da geht es zum Spielplatz. Das ist eigentlich total lieb. Nein, ich bin nicht mal genervt. Ich bin nicht mal genervt. Woher soll es denn wissen? Er ist vier Jahre alt. Woher soll er sich denn perfekt auskennen? Ja, er weiß ungefähr, wo es lang geht. Leute, so sind wir doch auch. Wir wissen vielleicht ungefähr, wo es nächstes Jahr lang geht. Aber Gott wird uns doch keine Schelle geben, wenn wir nicht exakt genau richtig gehen, sofort. Wir dürfen auch mal kurz... Wisst ihr, Gott ist so barmherzig und so langmütig. Er weiß, wir sind kleine, dumme Kinder. Also im Vergleich zu ihm. Und ja, wir sollen reifen und erwachsen werden. Und wir sollen weise werden. Und wir sollen irgendwann den Weg zum Spielplatz finden, alleine. Aber er weiß, es ist noch nicht so weit. Komm mal zurück, Kleiner. Hier geht es lang. Wisst ihr, so ist unser Papa. Manchmal denke ich so, oh nein, A oder B. A oder B. Ich weiß nicht, welches Türchen ich nehmen soll. Und dann hat Jörg vor zwei Wochen über lose werfen gesprochen. Und manche sind, glaube ich, vom Stuhl gekippt deswegen. Lose werfen. Hat er das echt gesagt von der Predigtkanzel? Glücksspiel im Haus Gottes? Das gibt es doch nicht. Sorry, jetzt war zu viel Aerosole hier. Ich muss mich zugehen. So. Pastor Jörg, ich glaube, ich habe mich verhört. Hast du gerade Glücksspiel gepredigt im Hause Gottes, dass man die Lose werfen soll? Nein. Er hat gesagt, damals haben die Leute ja Lose geworfen. Das ist die Wahrheit. Nichts heißt die Wahrheit. Und sie haben es Gott anbefohlen. Weil sie sich nicht zu helfen wussten manchmal. A oder B. A oder B. Türchen 1, Türchen 2. Was soll ich wählen? Beides ist sehr gut. Manchmal hat, manchmal weiß man nicht. Es gibt zwei gute Wege, zwei gute Lösungen. Man weiß es einfach nicht. Was soll ich machen? Ich kann nur eine Sache machen. Was soll ich machen? Zwei Apostel zur Auswahl. Was soll ich machen? Die sind beide super. Super Kerle. Entsprechen beide den Apostelanforderungen. Haben sie die Lose geworfen. Aber nicht als Glücksspiel. Sondern gesagt, Gott, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir werfen jetzt einfach eine Münze. Fertig. Sag mir nicht, dass du es noch nie gemacht hast. Manchmal, und wisst ihr was? Das ist eigentlich gar nicht mein Thema, aber manchmal ist es sehr klug auszulosen. Wisst ihr warum? Weil dann nicht einer sagen kann, das war doch alles vorher eingefädelt. Ja, ich weiß, warum er Apostel geworden ist. Weil ihr gestern schon darüber gesprochen habt in diesem Hinterzimmer, hinter verschlossenen Türen und ihr habt das alles schon abgekaspert. Schon vor Wochen, das weiß ich. Und ich war schon vor Wochen raus, das weiß ich. Ja? Das ist gefaked, diese Wahl. Fake Wahl, ja? Ihr habt die Wahlzettel gefälscht. Deswegen ist er jetzt Präsident. Deswegen ist er jetzt Apostel. Wisst ihr, was man bei Losen einfach sagen kann? Junge, wir haben Lose geworfen. Du warst dabei. Wir haben die Lose. Okay, man könnte sagen, die Lose waren, die Würfel waren gezinkt. Aber die Lose, ihr wisst, was ich meine. Es wird irgendeiner und das Los hat entschieden. Der Herr hat entschieden. Also find dich damit ab, Junge. Es hat niemand irgendwelche Absprachen getroffen. Es hat keine Lobby irgendwas beeinflusst im Vorhinein. Es wurde kein Geld gezahlt. Und ihr denkt jetzt, das ist crazy, was ich sage, aber wisst ihr was? Der Posten des Hohepriesters im Tempel wurde so vergeben. Mit Geldzahlung. Mit Meuchelmord sogar. Wisst ihr? Das war, das war normal. So wurden hohe Ämter vergeben damals. Im Tempel. Das Hohepriesteramt. Da wurde nicht Gott gefragt, was er vorhat. Da wurde eine hohe Geldsumme überwiesen. Da wurde Bestechung gemacht und so weiter. Da wurde nicht das losgeworfen. Und hinterher wussten alle, warum der Hohepriester ist. Weil er aus einer Milliardärsfamilie kommt. Deswegen ist das jetzt unser Chef. nicht, weil Gott das wollte, sondern weil die Kohle haben bis zum Abwinken. Deswegen. Also, wie komme ich darauf? Lass uns Gott vertrauen. Er wird die Wege lenken. Auch nächstes Jahr. Und habt keine Angst, vielleicht auch mal falsch abzubiegen. Seid einfach immer offen für Gottes Reden. Das ist wichtig. Ja, wir werden manchmal in den falschen Weg einbiegen. Aber wenn du offen bist, wenn du dein Navi anhast, dann sagt dein Navi bitte umdrehen. Und dann sagt auch Gott, bitte wenden. Und dann wendest du. Sei nicht so stur dann und ziehst durch. Nein, dann wende auch. Hör dann auch auf Gott. Aber habt doch keine Angst, Schritte zu tun. Habt doch keine Angst, nach vorne zu gehen. Und teile mit anderen. Spare nicht jeden Euro. Das ist eine gute Art und Weise, wie wir ins nächste Jahr gehen können. Als Menschen, die Gutes tun. Als Menschen, die teilen. Menschen, die Gott vertrauen. Aber die nicht die Hände in den Schoß legen. In Timotheus schreibt Paulus, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf Gebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Unwissenheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigiebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Wie sammelst du dir eine gute Grundlage für die Zukunft? Teile, was du hast. Teilen. Abgeben. Das ist das Beste, was du machen kannst, wenn es um deine Zukunft geht, wenn es ums nächste Jahr geht. Und ich weiß, dass viele in unserer Gemeinde das machen. Das ist so cool. Als Ältester habe ich so ein bisschen Einblick. Ich kann auch manchmal aufs Konto gucken, ich sehe, was für Spenden eingehen und ich bin so dankbar, wirklich, dass so viele Leute in der Gemeinde leben das. Die teilen, die geben ab und ich weiß, dass ihr nicht nur an die Gemeinde gebt. Ihr gebt auch noch viel mehr. Ihr gebt auch noch an Arme und so weiter. Ich weiß, dass das da nicht aufhört bei euch. Wirklich. Und ich bin so dankbar und ich finde das so toll hier in der Gemeinde, dass es eine Gemeinde ist von Menschen, die gerne geben. Der Gemeinde, aber auch darüber hinaus. Unseren Missionaren, wir können unsere Missionare so gut unterstützen. Das geht aber nur wegen euch, weil ihr bereit seid zu teilen. Das ist so krass. Wir können Marius und Anja so gut unterstützen. In Jordanien. Wir können, was wir für Geld nach Rumänien geschickt haben, Leute, in den letzten Jahren. An die Gemeinde in Rumänien. Ich will uns nicht selbst beweihräuchern, aber ich will nur sagen, hey, wir sind da doch schon auf einem guten, wir sind da schon in der richtigen Richtung unterwegs. Lasst uns darin beständig bleiben, auch wenn die Zeiten schlechter werden. Auch wenn es 2021 vielleicht nicht so rosig aussieht. Lasst uns darin beständig bleiben. Lasst euch keine Angst machen im Geben. Und ich sage mir das auch selber, denn ich bin auch selber so, dass ich denke, hm, ich habe jetzt zwei Kinder, ich bin jetzt nicht nur Laura und ich. Ja, Vorsorge und so weiter, ja. Aber lasst uns nicht, nicht weniger werden im Geben, im Gutes tun, im Freigiebig sein, im Mitteilsam sein. Also, 2021, ja, es ist ungewiss, aber wir sollten als Gottes Kinder kein Trübsal blasen. wir sollten nicht frustriert auf unseren Sofas rumgammeln und auf bessere Zeiten warten. Wir müssen Brot aufs Wasser schmeißen, Leute. Wir müssen sehen, trotz Wind und Wolken. Wind und Wolken sind da. Alle sehen sie. Wir alle sehen den Wind und die Wolken. Die sind jetzt schon da, die werden auch nächstes Jahr noch da sein. Wir wissen das. Und wir gehen trotzdem raus und sehen. Und wir gehen trotzdem raus und ernten. Ist egal, komm, machen wir. Im Vertrauen auf unseren Herrn. Und wir müssen darin fortfahren. Galater 6, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber Gutes wirken. Am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Oh Mann, das hört sich an, als ob Christen Gutmenschen sind. Ja! Christen sind Gutmenschen. Christen sollen das Gute in die Welt bringen. Wir sind Vertreter des Guten. Wir sind die Guten. Aber nicht in einem stolzen, wir sind die Guten, ihr seid die bösen Sinne. Nicht in Hochmut und fast uns nicht an, ihr Ekelhaften. Nein, aber wir sollten das Gute in diese Welt tragen. Ja, und das ist auch das Evangelium. Das ist auch die gute Botschaft. Das ist auch, dass Gott rettet, dass Gott lebt, dass Gott immer noch rettet und dass Gott, dass Gott es liebt, Menschen zu sich zu ziehen, dass Gott möchte, dass alle gerettet werden. Aber es ist auch geben, teilen, helfen, Zeit, Kraft, Geld. also sei offen, sei demütig und frag deinen König Jesus, wie du im Jahr 2021 ihm die Ehre geben kannst und wie 2021 ein Jahr wird, wo dein Leben Gott ehrt. Und das kann so verschieden aussehen. Bei dem einen wird es ein Jahr sein, wo er vielleicht vier, fünf, sechs Mal auf die Straße geht und das Evangelium weitergibt. Das ist gut. Bei dem anderen wird es sein, dass er in seinem Job hart arbeitet, eine Menge Geld verdient und eine Menge von diesem Geld teilt, eine Menge Brot aufs Wasser schmeißt. Bei dem anderen wird es sein, dass er in seinem Studium ranklotzt, um einen guten Abschluss zu machen und dann wird Gott ihn irgendwo hinbringen, wo er, wo sein Platz sein wird und wo er zum Segen werden kann für viele. Denkt an Daniel und seine Freunde. Wisst ihr, die Arten und Weisen, die Art und Weise wie du, wie ich, wie wir alle, das nächste Jahr Gott ehren werden, werden unterschiedlich sein. Und wir sollten nicht auf den einen oder anderen herabgucken, weil er auf eine andere Art Gott ehrt, das Gute tut und Gott verherrlicht. Wisst ihr, was ich meine? Oh, der kommt nie mit auf die Straße. Oh, ich weiß nicht mal, ob der Bruder errettet ist. Ja, immer nur Arbeit, naja, schlimm, ne? Ja, wisst ihr, es gibt Berufe, da muss man verdammt viel arbeiten. Ich denke an meine Schwester zum Beispiel, die ist Ärztin im Krankenhaus, was willst du da machen? Das ist ein Knochenjob. Aber ich weiß, dass sie in ihrem Job, wenn sie da mit der richtigen Haltung reingeht, verherrlicht sie Gott in ihrer Arbeit durch das, was sie dort tut. und Gott hat so viele Arten und Weisen und Wege für euch. Wenn ihr offen seid, dann wird es so kommen. Dann werdet ihr 2021 Gott die Ehre geben und dann wird es ein gutes Jahr. Ich bete noch kurz. Herr, wir bringen dir dieses kommende Jahr, auch wenn jetzt noch nicht der Silvestergebetsabend ist, aber ich habe schon mal ein bisschen vorgegriffen, Herr. Ja, Herr, hilf uns, dass wir mit der richtigen Haltung in dieses nächste Jahr hineingehen, Herr. Offen für all das Neue, was du vielleicht vorhast, Herr. Offen für all das Gute, was du vielleicht durch uns tun möchtest, Herr. Aber auch in der Demut, dass wir nicht, ja, dass letztendlich wir wissen, Herr, wir können, wir wissen nicht mehr, was morgen passiert, ob wir noch leben. Aber gleichzeitig auch in dem Vertrauen, aber Gott weiß es und, ja, der Herr ist mein Hürde. Mir wird nichts mangeln. Und gib uns wirklich den Mut, Herr, ja, gib uns den Mut, unsere Brote aufs Wasser zu schmeißen, Herr. Ich bin selber manchmal so unmutig, Herr. Ich bin selber manchmal auch so egoistisch, Jesus, und gönn mir lieber selber was, anstatt meine Brote aufs Wasser zu schmeißen, Herr. Bitte hilf uns, dass wir darin mehr wachsen und danke, dass wir, ja, dass du uns schon Freimut echt krass gegeben hast in der Gemeinde, aber hilf uns, dass es noch mehr wächst, auch echt egal, wie schlecht die Zeiten werden, dass es, dass es mehr wird, unsere Freigiebigkeit. Ja, gib uns Herzen, die auch ihr letzten Cent reinschmeißen würden, Herr, für eine gute Sache, für dich, Herr, dass wir auch unseren letzten Cent geben würden. Einfach im Vertrauen auf dich, Herr, und deine Versorgung. Und danke, dass du mit uns hineingehen wirst in dieses kommende Jahr, dass du dabei sein wirst und uns auch zurückpfeifen wirst, wenn wir irgendwie, ja, den falschen Weg einschlagen oder, ja, in eine Richtung gehen, die eigentlich gar nicht die Richtung ist, wo wir hin sollten, Herr. Danke dafür. Amen. 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 Amen.